Hallo Leute und willkommen zu einem erneuten Infovideo und zwar, naja, es gibt, es wird, ich habe einen Zweitkanal eröffnet, der heißt Mamibo LP, wie das geschrieben wird, werde ich vielleicht noch einblenden, ja, das ist halt, da werden Infos kommen, da werden, ja, Sachen kommen, das wird eigentlich, das wird nicht mein, den werde nicht nur ich leiten, sondern auch Yodasoda.de, also das wird mein und Yodasodas Zweitkanal, unser Zweitkanal, ja, könnt ihr euch mal angucken, ich werde da auch gleich ein Video hochladen und, ja, mehr wollte ich nicht sagen, ciao.